Oh, das riecht nach leckerer Pizza. Aber noch ist keine Zeit für Pause. Jetzt ist Hochspannung angesagt. Team Beaverfang gegen Team Tiger Strike. Im vorletzten Spiel dieser Saison der NDBL 2022. Es ist wirklich spannend und ich bin total aufgeregt. Team Tiger Strike ist jetzt am Zug in der zweiten Halbzeit, nachdem Beaverfang mit 17 Punkten vorgelegt hat. Mal gucken, ob Tiger Strike ein Stolperstein sein wird für Beaverfang. Denn für die ist es jetzt sehr, sehr wichtig zu gewinnen und zu punkten, damit sie auch noch oben mitspielen können und ihren vierten Titel in Folge einfahren können. Ich hoffe, ihr seid auch so gespannt wie ich und werdet auch so viel Spaß haben. Ich mache mir jetzt nach drüben und dann geht's erst so richtig los. So, seid ihr bereit? Ja. Auf die Plätze, fertig. Und es geht los. Team Tiger Strike in ihrem letzten Match gehen hier durch die Wall und sind an den Turntables und treffen da gar nicht mal so gut. Da kann man es auch nicht schönreden. Die haben tatsächlich nur zwei Becher umgehauen. Kann man besser machen. Aber haben ein schönes Foto gemacht. Das sieht wenigstens ganz gut aus. Und jetzt sind sie hier am Korle Pizza Stand und das Zielwasser ist hier schon mal ein bisschen besser. Da kriegen sie es auf jeden Fall besser, in die Becher rumzuhauen. Beim Slalom sind sie her. Also da sind sie ein bisschen verwirrt und ein bisschen überfordert. 27 Sekunden sind noch übrig und die laufen auch gnadenlos runter. Jetzt kommen sie bei ungefähr 21 Sekunden am letzten Stand an und sind jetzt dabei, noch ein bisschen was hier umzuhauen, aber fangen schon an. Hier die Losers. Der Mabossa hat gerade an mir vorbeigerannt. Der geht jetzt hier zum Aufsammeln. Gibt den anderen noch Anweisungen. Sechs Sekunden sind dann noch. Team Snakeball ist auch dabei, noch mitzuhelfen, zu sagen, wo man was einsammeln kann, weil die natürlich nicht wollen, dass Team Biberfang noch irgendeine Chance hat. Die Favoriten und die Titelverteidiger sind dann nicht unbedingt immer die größten Sympathieträger unter den Kontrahenten. Aber wir sind jetzt sehr gespannt. Und ich guck mal, ich seh noch gar nicht so wahnsinnig viele Becher. Das scheint vielleicht den Biberfangs in die Karten zu spielen. Wir zählen hier mal zusammen durch und ihr kommt mal mit mir mit. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Becher. 17 galt es zu schlagen für Team Biberfang. Zwölf Becher waren es jetzt bei Tiger Strike. Das bedeutet, die zwei Siegespunkte gehen an Team Biberfang und die spielen weiterhin noch ganz, ganz oben mit. Und das bedeutet auch, dass es ein absolutes Herzschlagfinale wird. Es geht um alles im nächsten Spiel. Wirklich um alles. Und wir hören uns jetzt erst mal an, was die Teamcaptains so zu sagen haben und wie die das ganze Spiel gesehen haben. Ja, was soll ich sagen? Der Sieg sei euch gegönnt. Ich glaube, ihr habt euch mehr darauf konzentriert, Spaß zu haben, diese Runde. Das stimmt. Ihr hattet noch keine Siegerpunkte. Das stimmt. Es stand halt nicht in den Karten und stattdessen halt, ja, Sport soll Spaß machen. Also ich meine, im Großen und Ganzen sind wir eh hier hingefahren, einfach um Spaß zu haben hier mit euch, mit allen anderen zusammen. Ich nicht, ich will gewinnen. Ein Event, ja, das ist EMP. EMP ist Liebe, deswegen sponsern wir das Team auch. Ist egal, ob wir jetzt null Punkte haben, einen Punkt, who cares? Also wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß. Es war auch meistens immer sehr, sehr knapp. Wir sind Sieger der Herzen. Wir kommen nächstes Jahr wieder mit vier gefeilten Pfoten. Muss ich, muss ich so unterschreiben. Sieger der Herzen, ganz großer Respekt. Ihr habt zwar keinen Punkt mitgenommen, aber ganz, ganz, ganz viel Sympathie. Ihr habt euch richtig gut geschlagen, oder? In meinem Herzen haben die alle Punkte. Siehste. Nicht auf der Tabelle. Nicht auf der Tabelle, denn in der Tabelle habt ihr jetzt nochmal schön gepunktet. Und das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Wir gucken nochmal zusammen drauf. Deinoclaw ist immer noch mit acht Punkten und 88 eingeheimsten Bechern auf Platz eins. Dicht gefolgt von euch jetzt mit acht Punkten und 75 Bechern. Das bedeutet, das wird ein Herzschlag-Finale. Ihr müsst jetzt gewinnen, denn ein Unentschieden, da gucken wir nachher auf die Becher und das wird verdammt knapp. Die haben 25 Becher letzte Runde oder 26 Wecker gehauen. Also das ist ... Ui Junge. Ja, ja. Und jetzt werden wir auch nochmal ganz genau hinschauen, dass die richtigen Becherfarben auch getroffen werden und die richtigen auch eingesammelt werden. Da wird's viele Teams geben, die ganz genau drauf schauen. Snakebite ist auf Platz drei mit sechs Punkten und 99 Bechern und Tigerstrike eben mit null Punkten auf Platz vier und 72 Bechern. Ich zieh meinen Hut vor allen Teams. Wobei eure Becheranzahl ist gar nicht schlecht. Dafür, dass wir null Punkte haben. Aber trotzdem, das muss man sagen und das finde ich toll. Fairplay steht hier absolut im Vordergrund. Und Spaß. Wenn ihr Bock habt, übrigens das auch mal zu Hause zu spielen. Das hier ist ein fetter Parcours. Okay. Aber wie einfach kann man zu Hause ein Parcours machen, ein paar Becher aufstellen. Ob Jungs oder Mädchen, wurscht. Jeder gegen jeden. Ein paar Blaster und dann gib ihm. Sehr viel Spaß macht es auf jeden Fall. So ist es. Nächstes Jahr wieder. Also gewinnen. Ja, aber du hast noch ein Match mit deinem Team und ich hoffe, ihr seid mit dabei im nächsten Clip. Um es nicht zu verpassen, Kanal abonnieren und die Glocke klicken. Ich werde dabei sein. Du wirst zugucken. Klar. Und du wirst Gas geben. Ich werde die Sympathie aufhalten. Alles klar. Bis dann. Tschö. Ciao.